Junge Roma lesen Bücher, die ihnen slowakische Autorinnen und Autoren zur Verfügung stellen, vom Jugendbuch bis zur Biografie einer Holocaust-Überlebenden. Wenn sie eine Rezension auf Video erstellen und auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichen, können sie das jeweilige Buch behalten. Mittlerweile werden jede Woche drei neue Videorezensionen veröffentlicht. Autorinnen und Autoren kommen nach Kosice zum Diskutieren, Mitglieder des Buchclubs moderieren Buchpräsentationen, werden auf die größte Buchmesse des Landes eingeladen. Außerdem präsentieren die Roma ihre Arbeit in Schulen und Jugendzentren und übernehmen Patenschaften für neu erscheinende Bücher.